Herzlich Willkommen bei meinem neuen Reisevideo. Diesmal ging es nach Frankreich und Italien in die Westalpen. Im Wechsel zwischen kurvigen Landstraßen und wunderschönen Schotterpässen ging es von einem Highlight zum nächsten. Neben den uns bekannten Abenteuern warteten aber noch einige Herausforderungen auf uns, die uns fast dazu gebracht hätten, die Reise abzubrechen. Ich habe euch alles in einzelnen Videos zusammengefasst und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Mehr Infos findet ihr auf www.raivadaci.com